Hallo, wir befinden uns hier vorm Turbo Bus von Plazenta in das Posttour. Bis jetzt verläuft die Tour sehr ruhig, alle sind gesund. Vor allem die Frontmänner müssen ja immer auf ihre Gesundheit aufpassen. Aber da wir diesen faszinierenden Nightliner dabei haben, schlafen wir alle gut, essen wir gut. Und bis jetzt kann man sich natürlich auch nicht über das Publikum schreiben, war alles ganz cool. Also in diesem Sinne, auf eine schöne weitere Reise mit unserem Nightliner. Wir befinden uns heute hier in Frankfurt. Wer ist denn der andere Typ da? Ich muss weg! Es war ziemlich unhöflich, den Daniel von Plazenta hier auszugrenzen. Daniel, stell ich doch bitte mal wieder hin. Hi. Ich bin Daniel. Wo befinden wir uns, Jungs? Hier im schönen Elber-Club in Frankfurt. In Frankfurt? Ach nein. In Frankfurt habe ich gehört, da gibt es nur Techno und Elektro. Ja, weiß ich gar nicht. Ist das so? Ja. Ich würde sagen, dann wollen wir heute mal Frankfurt vom Gegenteil überzeugen. Wir spielen nämlich am Montag. Ja, den schönsten Wochentag, den wir überhaupt besitzen. Ja. Und wir werden uns... Bladi ist übrigens auch wieder da. Moin. Moin. Machst mal zwei Pilz. Jawohl, Harli. Wir sind gleich dicht hier. Ich hätte gern Bladi Samarita. Bladi Samarita. Alles klar. Junge, mich zu hart. Das kriege ich nicht runter. Geht aufs Haus. Wir sind vom Straßen Reifil. Wir sind der coolsten. Wir sind gar nicht im Gehen. Um es jetzt, was wir mit ihr aus? Und dannn dollars pro Tag Pan perfect. Alle war meine Hefe von auference. Alles war meine horrible. Aber um politisch zum Rache safe retired. Und dann pass uns immer wieder aufgeangen. Und dann kommst du Rache子 ф экспóAA. Hier wird der Vlog für Ruhm und Ehre geschrieben. Also nur wenn man den Leiten einer vor der Tür hat, heißt das ja nicht, dass man Michael Ruhm mit die Haare abschneidet. Michael. So, wir sind jetzt hier in Frankfurt. Wir schicken Sicken Orgy die Lage hier und sind auf der Suche nach einem kleinen Imbiss oder einem Kaffee. Da knattert es. Motorräder und Metal gehen ja auch einher, deswegen muss es auch knattern. Und der kleine Junge da, der hat so ein ganz komisches T-Shirt an. Hier, der hat auch einen komischen Laufstil und der Typ daneben auch. Aber der kann nichts dafür. Also wenn es dann Kaffee gibt, melden wir uns später nochmal. Stimmt's? Tobias? Ja. Was denn? Abfahrtstag Frankfurt. Was machen wir jetzt hier noch gerade Schönes? Frankfurt. Wir hängen hier an irgendeiner Einkaufsmeile. Wenn man sich umguckt, wunderschönes Wetter. 28 Grad. Wunderschöne Frankfurter. Sehr schöne Menschen schon getroffen heute. Und ja, gleich geht's los nach Offenburg. Ja, ein freudiger Erwartung. Freudiger Erwartung. Also wir haben aber immer noch kein Frühstück gefunden. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, geht's los. Oh! Oh! Spielen, saufen, schlafen, Autobahn, Fußball, spielen, saufen, schlafen und spielen. Und Affentanz. Ganz schlimmer Affentanz. Dicke, dünne, dumme Affen, alles.